Heute möchte ich euch unsere große Hundewiese und den Hundewald zeigen. Dann kommt doch einfach mal mit. Da hinten, das ist der Grillplatz. Da grillen die Menschen immer so tolle, leckere Würstchen. Und da hinten, am Ende der Wiese, da beginnt auch schon der Hundewald. Hier gibt es ganz schön viel zu entdecken und zu schnuppern. Boah, ich glaube, ich habe da irgendwas gesehen. Nee, doch nicht. Na egal, ich gucke mal da oben. Frauschen hat gerufen, schnell. Komm, lass uns schnell gucken, wo Frauschen ist. Da hinten, ich habe sie gesehen. Boah, das ist ganz schön anstrengend, so ein Tag im Hundewald. Komm, wir gucken mal, was es Neues auf der Hundewiese gibt. Lass uns noch etwas mit dem Ball spielen. Gute Idee. Und dann lassen wir gemütlich den Tag ausklicken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.